Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt. Ich zeige Ihnen heute eine Topie-Eben-Garnitur vom Sohn der Machalke-Brüder, Thomas Machalke. Und zwar die Garnitur Lulu in einem neuen Ledertest. Mombasa Pine mit Jeansnaht. Eine Seite übertief, die andere Seite normal tief. Also das Erste, was mir auffällt, ist das Leder. Ist handschuhweich, unheimlich anschmiegsam. Natürlich sehe ich hier drin alle Naturmerkmale, aber das macht für mich Leder aus. Es ist wärmer wie jeder Stoff. Hier fühle ich mich wohl. Das ist ein Leder für Leute, die kein Leder mögen, weil es zu kalt ist. Weil dieses Leder ist handschuhweich und richtig warm und angenehm. Das Zweite, was auffällt, ist die Übertiefe. Hier kann ich es mir gemütlich machen. Die Kissen habe ich mal draufgeschmissen, um Ihnen zu zeigen, wie bequem diese Garnitur sein kann. Ja, man kann sich hinlegen in alle Richtungen. Man kann es als Familie sich bequem machen. Und ein weiterer Vorteil, die Seite hier, die linke Seite, hat eine normale Sitztiefe. So kann ich auch normal sitzen. Ich kann natürlich auch hier, wenn ich mir ein paar Kissen richte, normal hinsitzen und habe eine Bequemlichkeit, die sehr gut ist. Die Garnitur ist nicht zu weich, hat eine weiche Schicht oben, aber dann durchaus auch Widerstandskraft. Und die Maße sind kompakt, obwohl sie groß ist. Sie brauchen 2,80 Meter auf 2,20 Meter Platz. Wenn Sie das haben, ist Lulu das Richtige für Sie. Die Jeansnaht hier, überall diese Jeansnähte, so nennt man das, sind unregelmäßig angeordnet. Und damit kriegt die Garnitur ihren eigenen Flair. Lulu von Tommy M. kann ich Ihnen empfehlen, wenn Sie was Launchiges haben wollen, wenn Sie Platz für Drehvisier Personen brauchen und wenn Sie das besondere, naturbelassene Leder haben wollen. Und pflegen kann man das Leder mit dem LCK Kera Lux Lederpflegeset für Vintage Leder. Wenn man das regelmäßig macht, hat man kein Problem. Das Leder verändert sich natürlich ein bisschen, aber es lebt. Es ist ein Naturprodukt. Lulu von Tommy M. eine Garnitur für Sie. Kommen Sie nach Empfingen zum Anschauen oder machen Sie Klick. Sie haben bei uns immer die Schnäppchen-Garantie mit 30 Tagen Rückgaberecht. Und noch ein Tipp, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Dankeschön und Tschüss, Ihr Lutz Reinhardt.